Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier. Heute am 8.8., also am 8. August, das ist doch ein tolles Datum, finde ich, die 8, der Neubeginn, die Infinity, einfach mal die Unendlichkeit. Also das ist die 8, 8, das finde ich wirklich eine richtig tolle Zahl, generell diese 8, dieses Zeichen. Und ja, wir wollen mal gucken, was heute auf das Kollektiv hier Schönes zukommt. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, wart ruhig und entspannt und hier gewittert es gerade und regnet es gerade. Naja, vielleicht ist das so ein kleines Zeichen jetzt beim Orakel. Ich hoffe, dass es heute nicht bei den einen oder anderen hier irgendwo zu Hause gewittert. Also irgendwie Stress, Streit oder sonst irgendwas, wir hoffen es einfach mal nicht. So, aber man sagt ja immer, das Gewitter kann ja etwas reinigen und dann klärt sich wieder was auf. Also wir wollen jetzt mal reingucken an diesen Tag, was erwartet denn heute das Kollektiv, mit was kann man denn heute hier rechnen? Mit was kann man denn heute hier rechnen? Was erwartet das Kollektiv? Uh, haut ganz schön runter jetzt. Also, was ich jetzt erstmal hier anzeige, das sind hier die Gefühle. Also es fließt heute, die Gefühle fließen, die Antwort liegt auch heute in dir. Wir haben hier ein Geschenk, was dich erwartet und wir haben hier die Liebe. Also es kann sein, dass hier heute in der Liebe etwas auf dich zukommt, die Gefühle fließen hier wieder. Ja, es kann sich anfühlen wie so ein Geschenk, ne, die Antwort, die liegt in dir. Hier ist die Göttin Freya mit dabei und die Liebe ist in dir, du musst sie nur fühlen, ja. Und darum geht es heute. Vielleicht bekommst du aber heute so schöne Gefühle auch durch ein Geschenk oder durch etwas, was in dein Leben kommt. Und ja, dadurch geht es dir vielleicht auch richtig gut. So, schauen wir mal weiter. Achte, achte, was kommt heute auf dich zu am achten, achten? Hier haben wir schon mal den Turm. Das kann ein Umbruch sein oder eine Veränderung, was du vielleicht auch gerade durchmachst. So, eine möchte ich bitte noch. Ah, nee. Ah, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ich möchte mal wissen, warum der Turm? Dann den Teufel. Okay. Und dann möchte ich noch die Kreiderschwerter. Und auf das gerade Schicksals möchte ich auch noch eine Karte. Okay, gut. Also, was ich jetzt hier sehe, das ist erstmal ein König der Kelche. Dabei kann es um eine Gegenüberenergie gehen. Dieser Mensch ist sehr, sehr im Gefühl. Vielleicht auch zu dir. Es geht hier um Gefühle. Es geht um Emotionalität. Um empathisch sein. Es geht hier darum, dass er jemand sehr stark fühlt im Inneren. Und dass es hier um eine innere Entscheidung geht. Hier sehe ich, dass man sich so ein bisschen gebunden oder eingesperrt fühlt in einer Sache. Und dass man die sich jetzt erstmal anschaut. Gut. Dann sehe ich heute hier eine knallharte Veränderung. Ein Umbruch, was auf dich zukommen könnte. Hier, nach diesem Umbruch zeigt sich eine Chance, dass man etwas umsetzen kann danach. Oder, dass hier etwas möglich ist, dass hier eine heiße Chance möglich ist. Also, Chance auf Leidenschaft. Habt ihr es gehört? Es wird noch bestätigt. Naja, das ist, guckt mal. Das ist so krass gerade. Also, ich bin schon wieder echt baff, wenn ich das jetzt mitkriege. Wir sehen ja hier, wie so ein Blitzeinschlag. Jetzt hoffe ich, dass hier nicht nur ein Blitz irgendwo einschlägt in den Baum. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, dass hier etwas durchsprechen muss. Hier muss ein Durchbruch in einer Sache geschehen. Hier muss mal richtig der Blitz einschlagen, damit hier mal ein Umbruch geschieht. In irgendeiner Angelegenheit. Und dann bietet sich nämlich eine Chance, hier wieder etwas umzusetzen in deinem Leben. Das ist eine Veränderung. Und das kann sein, dass du diese Veränderung durchmachst gerade. Oder, dass es hier wirklich um eine Umsetzungsenergie geht, damit hier was durchbricht. Damit du wieder etwas unternehmen kannst in der Sache. Damit du wieder diese ungezügelte, leidenschaftliche, enthusiasmische Königin bist. Und ja, dass du dein Zepter in die Hand nimmst und sagst, ich mache jetzt das, was ich will. So ungefähr. Dann sehen wir hier, es sind die sieben der Münzen. Es geht hier wirklich um Geduld, um Wachstum. Also man muss hier in eine Sache wirklich Geduld reinstecken. Ja, was ich hier sehe. Also damit da mal etwas rauskommt. Hier habe ich noch so eine Herausforderung mit dem Teufel, eine toxische Energie. Das kann sein, dass auch hier heute jemand auf dich zukommen könnte, der dir hier so ein leidenschaftliches Angebot machen könnte. Das kann hier nämlich auch sein mit dem Teufel. Jemand, der dich vielleicht auch hier verführen möchte. Ja, also da sollst du auch ein bisschen aufpassen. Dieser Mensch hat hier was vor. Aber dieser Mensch ist kein Mensch, der Gefühl hat. Dieser Mensch ist eher so in einer kühlen Energie, in einer Beobachtungsenergie. Und ja, vielleicht ist dieser Mensch aber auch so wie der Teufel. Sorry, dass ich das so sage. Aber irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass diesen Menschen vielleicht auch irgendwie der Teufel so ein bisschen gerade in der Mache hat. Also ja, irgendwie kommt mir so eine Energie rein. Hier haben wir die drei der Schwerter, die sagt, okay, hier ist jetzt ein Schmerz, hier ist jetzt ein Kummer. Vielleicht benimmt sich auch jemand hier aller Sau. Das kann ja natürlich auch sein, sonst hätte ich es jetzt nicht gesagt. Aber hier ist ein Kummer, hier ist ein Schmerz, den ich hier sehe. Und das ist etwas Schicksalhaftes. Hier kommt eine schicksalhafte Veränderung rein in diesen Kummer, der hier ist. Oder in diesen Schmerz. Und dann kann man hier etwas unternehmen, wo die Balance wieder zurückkommt im Leben. Also ich habe heute wirklich so das Gefühl, so ungefähr heute muss hier etwas geschehen, damit man wieder etwas machen kann. Damit man wieder etwas umsetzen kann. Und deshalb muss das hier geschehen. Klarheit darüber bekommen, was kann ich hier überhaupt tun, damit das hier nicht immer so manipulierbar ist, damit das hier nicht toxisch ist. Der Teufel, das ist auch jemand, der kontrolliert, der einen unter Kontrolle hat. Und man muss hier das, man muss hier diesen Schmerz, man muss diesen Kummer hier unter Kontrolle bekommen. Den man hier heute hat. Also ganz krasse Energie, was mir heute reinkommt. Arbeitsmäßig sehe ich hier auch, dass man hier im Gefühl ist und dass man eine Entscheidung treffen soll, wirklich im Gefühl. Weil auch da fühlst du dich wahrscheinlich in einer Sache noch eingesperrt in der Arbeit und es geht darum, hier mit etwas wirklich schwanger zu gehen. Es geht hier darum, eine Idee zu haben, sich die Dinge hier nochmal genau zu betrachten, wie man in die Fülle kommt. Und auch da ist ein Durchbruch genauso nötig, gerade in der Arbeit, dass es hier wirklich mal so richtig reinblitzen muss, damit hier was durchbrechen tut. Und damit sich dann Chancen zeigen, hier auch etwas umzusetzen, damit man auch hier sagt, ich packe die Dinge jetzt an. Und klar, ich muss hier Geduld in die Sachen reinbringen mit dem Sieben der Münzen. Ich muss das pflegen, hegen, dranbleiben und dann wird das auch. Es geht hier wirklich darum, aus dieser negativen Energie rauszukommen. Wenn man vielleicht auch etwas umsetzen tut hier, hat man immer so das Gefühl, ja, dass das nichts wird. Und dann rutscht man vielleicht auch in so eine negative Energie rein mit dem Teufel und sagt, das wird ja eh nichts. Und dann hat man Kummer, dann tut einem das weh, dann sagt man, ich habe ja alles versucht. Und ja, aber man kann etwas unternehmen. Wäre dir hier wirklich klar, warum lässt du dich hier so von dem Teufel fesseln? Also warum lässt du, guck mal, der Teufel, das ist ein Strippenzieher. Auch manchmal mit unserer Regierung gleichzusetzen manchmal. Ja, es ist so. Das sind auch alles nur Marionetten. Das ist einfach meine Meinung dazu. Und dazu stehe ich auch. Aber guckt euch den mal an. Der Teufel, der zieht dich auf wie so eine Marionette. Der hat hier jemanden an der Schnur hängen. Und vielleicht flößt man hier jemanden auch Gedanken ein. Vielleicht einem Gegenüber. Vielleicht kriegst du aber auch diese ganzen negativen Gedanken hier von diesem Teufel ab. So, dass er dich unter Kontrolle hat. Und es geht darum, hier wirklich etwas zu unternehmen, sich daraus zu befreien. Und sich mit dem Schwert einfach von der Energie hier von den Strippen, Zion, abzuschneiden. Und dann zu sagen, okay, ich komme jetzt hier meine Klarheit. Ich bin mir jetzt darüber im Klaren, was ich überhaupt hier umsetzen kann. Und ja, dass es dieser Schmerz hier wirkt, dieser Kummer. Ja, und dass man dann hier rauskommt und etwas unternehmen kann. Um die Balance wieder zu finden. Weil, wie sagt man immer so schön, auf einem Bein, da steht es sich schlecht. Okay, machen wir weiter. Was kommt heute noch am 8.8. auf das Kollektiv zu? Habt ihr gesehen? Hä? Hä? Ich glaube, da war da gerade das Herz. Und jetzt drehe ich nochmal um. Und da stand hier die Brücke. Eine herzliche Begegnung. Begegnung mit Liebe, okay. Gut, 8.8. Was kommt heute noch auf uns zu? Guck dir das an. Ich raste aus. Tatsächlich kommt die Brücke, die sich zeigt. Ich würde jetzt echt einen Besen fressen oder essen, wenn jetzt noch das Herz kommt. Okay, 8.8. Was kommt heute noch? Okay, ich muss bis jetzt kein Besen essen. Eine Karte haben wir noch. Eine Karte haben wir noch. So, dann bitte das Durcheinander hier. Okay, das ist gut. Das ist schon mal gut. Weil ich sehe heute, dass es hier um die Kommunikation bei dir geht. Es geht um Kommunikation. Entweder kann dich da etwas enttäuschen oder es geht einfach um die Wahrheit. Man sieht hier nämlich ein Glück. Aber irgendwas täuscht hier noch. Irgendwas läuft hier noch so ein bisschen falsch. Vielleicht ist hier auch so ein trügerisches Glück mit drin. Kommt mir jetzt rein. Ein trügerisches Glück. Vielleicht kann dich hier auch eine Kommunikation so ein Stück weit enttäuschen. Hier sind halt Gefühle. Es geht um Entscheidungen mit den Gefühlen. Und ich sehe aber heute, dass es hier um eine Begegnung geht. Es geht darum hier, in letzter Zeit ist es wahrscheinlich wirklich so, dass du hier wirklich dem Labyrinth begegnet bist. Vielleicht waren hier mehrere Personen involviert. Vielleicht ging es ganz einfach darum, dass du im Labyrinth umhergelaufen bist und immer so gedacht hast, wie komme ich hier aus dieser Schoße raus? Wie komme ich hier aus diesem Mist raus? Weil du hast keine Wegbeschreibung. Du hast versucht, auf deine innere Stimme zu hören. Und denkst dir vielleicht, wie komme ich hier aus diesem Mangel gerade raus, der hier da ist? Weil es ist nun mal ein Mangel, wo du halt wahrscheinlich wirklich nicht weiter wusstest. Ja, mit den Mäusen. Aber die Mäuse sind schon dabei, hier das alles wegzufressen. Also dieses Labyrinth geht jetzt langsam raus und dann geht es hier wirklich um Entscheidungen. Wie, welchen Weg willst du? Welchen Weg gehst du jetzt? Bleibst du hier im Labyrinth? Oder guckst du dir das nochmal an, wie du hier wieder in den Erfolg kommst? Egal in welcher Situation es heute geht. Es geht um deinen Erfolg. Es geht darum, dir genau hier das zu betrachten, die Wege, die Entscheidungen. Welchen Weg wähle ich jetzt? Da, wo mein Herz hinscheint? Oder wähle ich den Weg, wo es wolkig ist? Ja, wo ich noch keine klare Sicht habe. Was möchte ich? Und da geht es darum, genau hinzuschauen. Und mit der Sonne geht es hier um Erfolg. Egal in welcher Angelegenheit. Vielleicht begegnest du aber heute dann wieder hier der Sonne. Das heißt, einer schönen Begegnung. Dass du ja auch eine schöne Begegnung haben könntest. Auf jeden Fall geht es hier um dein großes Glück. Um dein Glück, das du haben sollst. Und dass du dir halt anschauen sollst, wie du das wieder haben kannst. Dass du vielleicht auch hier in diese schöne, warme Energie zurückkommst. Und bei manchen kann heute die Sonne hier richtig heiß scheinen. Das kann ich schon mal sagen. So, also du sollst ja da auch so ein kleines schattisches Plättchen suchen. Sachen, die kamen wir jetzt. Ich weiß nicht, warum hier das reinkam. Aber definitiv kam mir das jetzt so rein. Bei manchen kann aber auch hier Unwetter geben. Das sehe ich hier auch nochmal. Aber du, du strahlst. Du versuchst zu strahlen. So, arbeitsmäßig geht es ja auch nochmal um eine Nachricht, die auf dich zukommen könnte. Aber diese Nachricht mit dem Fuchs so ein bisschen, wie schon gesagt, trügerisches Glück. Es kann dich was enttäuschen. Die Wahrheit liegt bei den Finanzen. Es geht hier um Finanzen. Wahrscheinlich noch um eine finanzielle Lage. Und vielleicht weißt du daher noch nicht so richtig, was soll ich jetzt machen. Vielleicht fehlt dir etwas an Geld, an Finanzen. Das kann natürlich hier auch sein. Und du willst hier dann eine Entscheidung treffen. Okay, was mache ich jetzt? Ich brauche Erfolg. Ich brauche Erfolg. Ich muss jetzt irgendwas finden, wo ich Geld machen kann. Oder ich muss jetzt schauen, okay, wie kann ich die Sache hier erfolgreich machen? Ja, wie kann ich hier eine Kommunikation führen, damit mehr Geld wieder reinkommt? Ne, also so eine Situation kann das sein. Auch da versuchst du hier in den Erfolg mit einer Sache reinzukommen. Ne, vielleicht auch dir Dinge zu überlegen. Das ist der wundervolle Ruhenteller von der lieben Claudia Judex. Und ihre Webseite findest du auch hier in meiner Beschreibung, aber auch im Kommentarfeld findest du der Claudia ihre Webseite. Und die stellt ganz wundervolle Ruhenteller her, wo man seinen eigenen Ruhenteller auch bestücken lassen kann. Also schaut gerne mal bei Claudia vorbei. Die freut sich auf jeden Fall. Und ich, hier gehen auch ganz, ganz liebe Grüße nochmal an die Claudia raus. Wir haben jetzt die Energie für heute. Und es ist nicht viel, wie ich hier sehe. Es ist nicht viel. So, ja, wir haben hier schon die Ansos, ne, das ist Schicksal. Schicksalhafte Kommunikation, Kommunikation von oben. Dir wird hiermit geholfen, ne, in dieser Sache. Es geht darum, bindest du dich heute hier an die Kommunikation oder nicht. Die ist schon fast im Rad des Schicksals drinne, ne, wie ich hier sehe. Und das ist auch so eine Krebsenergie, vielleicht auch Kommunikation, wo es wirklich um Gefühle geht. Dann sehe ich hier, dann sehe ich hier ist die Redo übrigens, es hat aufgehört mit Regnen und Gewittern. Die Sonne scheint jetzt langsam wieder durch, ne, ja. Krass, krasse Energie. Es geht jetzt vorwärts wieder ins Gleichgewicht. Also die Redo sagt, okay, ich bin hier der Herzschlag, ich bin der Puls und jetzt soll langsam hier wieder Gleichgewicht in eine Sache reinkommen, ne. So, hier geht es jetzt weiter. Wir haben das noch zwischen der Hakalas und der Wunju. Das ist noch so ein bisschen Unwetter, ne. Also da können wir nochmal sagen, ja, hier hat vielleicht auch eine Energie oder sowas reingehagelt. Etwas hat reingehagelt. Es geht wieder in die Freude, in die Hoffnung, in das Glück zu gehen. Wir haben nämlich doppelt die Wunju hier, ne, liegen. Das ist hier zwei sind, die wirklich im Glück sind. Und, ähm, mit der Hakalas kommt mir jetzt hier auch nochmal rein. Okay, komm, du gehst jetzt nach dem Unwetter, wenn hier ein Unwetter aufzieht, gehst du jetzt knallstrax auf dein Ziel zu, ne. Also, das ist so dieser, dieser Speer, dieser Pfeil, der etwas treffen soll, ja, der in sein Ziel treffen soll, ganz einfach. Und das kündigt hier die Tivas an. Ich möchte jetzt aus dieser, aus dieser Hagelenergie rausgehen, wo es immer wieder so reinhagelt. Ich will endlich in die Freude, in das Glück rein, ne. Und hier zeigt die Jera dann schon den, den neuen Zyklus an, den Wandel an, auch das Wachstum an. Und man soll auch hier auf sein Inneres achten, ja. Also, guck auch bitte, was wird dir hier gespiegelt? Irgendwas wird dir hier gespiegelt, ähm, und da musst du eine Wandlung reinbringen, ne. Also, pass hier wirklich auf, wie du etwas austeilst und wie es auch zurückkommt zu dir, ne, durch den Boomerang, also durch die, ähm, Kenas, ja. Das ist nämlich das innere Feuer, ja, was du hast. Das innere Feuer, diese Umsetzungsenergie hier, das hier, ne, diese Umsetzungsenergie mit der Königin der Stäbe und dem Ass der Stäbe. Das ist alles Umsetzungsenergie, Feuerenergie. Und die liegt hier so mit drin, ne, im Wandel, ne. Ne, also irgendwas wird sich vielleicht auch in deinem Inneren wandeln. Achte da mal heute drauf. So, ich bin jetzt fertig, meine Lieben. Und, ähm, wenn ich es heute wirklich schaffe, ich muss wirklich gucken, ob ich es schaffe, dann gebe ich euch eine komplett neue Legung heute rein. Etwas komplett Neues, was ihr noch nicht kennt. Ja, und, ähm, da bin ich mal gespannt. Ich weiß noch nicht, wie ich es ganz anstelle. Ja, ich, ähm, muss mir da erstmal noch einen kleinen Plan heute machen, ne. Aber ich versuche es natürlich, ähm, ja, ich versuche es umzusetzen. Sagen wir es mal so. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Donnerstag, eine schöne Zeit für euch. Und, ähm, ja, wir hören uns dann eventuell später nochmal. Ciao.